Willkommen hier zurück zu Dishonor. Und wir können da durch. Ja, das war jetzt sehr riskant. Ich habe schon gedacht, das werden wir nicht überleben. Äh, wo finden wir hier die Rune? Ach, die ist ja da unten. Da müssen wir uns erstmal noch ein paar Kabelverbindungen suchen. Oh, eine neue Verbesserung erhältlich. Ausrüsten. Wir brauchen eher mehr was aus dem linken. Ne, aus dem rechten. Rune. Schlüssel zum Aufschließen. Rune. Okay, dann müssen wir doch... Halt mal, das können wir ja auch mit der Maus machen. Also hier haben wir eine Rune. Da ist der Schlüssel. Mana, Pipapo. Munition. Betäubungsbolzen. Springmine. Granate. Das ist jetzt nicht euer Ernst, oder? Gibt es da nichts mehr mit Verbindungskabel, oder was? Ach nö, Leute, ich bitte euch. Ja, komm, wir nehmen mal den Schlüssel. Halt mal, vielleicht kriegen wir ja... Ne, das ist ja nur... Ich hätte ein paar Pläne zur Verbesserung ihrer Sachen. Nö, damit kann ich nichts anfangen. Nächstes Mal vielleicht. Verdammt. Scheiße, man. Knochenartefakt. Ne, das muss ja dann hier außerhalb sein. Die Garde ist nicht mehr da. Schweig. Nicht denken. Kommen wir da rein. Das hört's. Was, 31 Meter. Das freut mich jetzt mal so gar nicht. Halt mal, da geht's auch noch nicht mehr höher. Scheiße. Verdammt. Oh. Ist ja gut. Was ist denn diese scheiß Rune? Besser gesagt, dieses Knochenartefakt. Verdammt. Wofür ist jetzt nochmal dieser Schlüssel? Der Schlüssel zum Kartenhaus in der Station im unteren Aventa-Bezirk. Wo ist denn der Schlüssel ins Kartenhaus? Oder wo ist denn das Kartenhaus? Was? Fuck. 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 Hm. Karten. Ist das ja das? Ja. Tresor. Obst. Ah ja, Kartenhäuschen. Ist ja klar, ne? Registrierkasse öffnen. Halt! Ach, noch ne Registrierkasse. Wow, 75. 150. Oh, ich glaube, das hat sich gelohnt. Gut, dann brechen wir zu diesem oberen Aventarbezirk auf. So, ehrlich, die Fahrt da ist, wir überspringen sie. Hm. Dann müssen wir doch noch eins weiter hoch. Und zwar zum Maschinenhaus. So, da sind wir jetzt erstmal angekommen. Dieses Anwesen ist eigenartig schön. Doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal. Richtig. Und so sonderlich groß ist das Ganze hier gar nicht. Also zumindest mal außen. Wie es innen aussieht, weiß ich nicht. Aber da gucken wir jetzt mal rein. Schauen wir mal, was uns da drin erwartet. Denn, Dush, es wird Zeit für ihre Taten zu bezahlen. Und vielleicht finde ich Sokolow. Gut. Dann wollen wir den Sokolow mal finden. Weil den kennen wir nämlich auch aus dem Trailer. Okay, hier dürfte es keine normalen Wachen geben. Und wenn es Wachen gibt, dann eher... Wir wählen hier aus Metall. Okay. Hm. Interessant. Geht nicht kaputt. Wir bleiben erstmal in diesem Haus. Irgendwann lasse ich von einer Bürokratenarmee Vollstreckungsbefehle tippen. Okay, können wir uns leider nicht daran bedienen. Wir können die Sache nur kaputt machen. Ja, was ist jetzt hier? Wie kommen wir... Oha! Neutrales Gebiet. Halt mal, das ist doch ein Hebel. Wer würde so etwas bauen? Und warum? Jemand hat eine der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Grandios. Grandios. Oha! Nein, nein. Die Anbau kommt. Dieser Weg ist für Gäste mit einem Termin. Aha. So. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Marklezt-Peteralinsen-Strahl aktiv. Öffnen. Äh, ja. Schade, ich hab gedacht, das wäre ein Aufzug. Oh Gott. Ich glaube, wir lassen uns gleich mal... Nee, wir lassen uns nicht töten. Ja, die Tür ist blockiert. Hey, was ist das denn jetzt? Wechseln zu alternativen Taktiken. Zack. Okay, diese Türe ist verschlossen. Halt mal. Geht nicht. Scheiße. Okay, jetzt haben wir hier schon verloren. Ich... Gebt mich geschlagen. Meine Güte. Ich muss zugeben, diese Szene hier... Dindash, es wird Zeit für Ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Ich muss wirklich sagen... Dieser Szenario hat mich dazu bewegt, das Spiel zu kaufen. Diese verschiebenen... Oh, diese Räume, die sich verschieben. Ich muss so etwas bauen. Und warum? Ich muss so etwas bauen. Jemand hat eine der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindash. Jindash. Willkommen. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindash. Aber... Das wissen Sie sicherlich. Machen Sie weiter, Freunde. Gehen Sie die Treppe hoch. Wir treffen uns in der oberen Halle. Okay. Da sind Sie ja. Was sind Sie? Ah. Wer, wo ich Sie sehe, weiß nicht, wer Sie sind. Kein gezahlter Mörder. Dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon hier. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal. Aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße. Und Sie haben die Augen Ihres Vaters, Eure kaiserliche Majestät. Willkommen, Lady Emily Caldwin. Danke, du Psychopath. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzdruck haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolow, der sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bist leicht, Jindosh. Ja. Mechanische. In meinem Haus ist ein Einbringling. Halt, das wollte ich gar nicht. Okay. Oh Mann. Wie schalten wir diese Viecher nur aus? Löse elektrostatische Ladung aus. Zurückdrehen. Nicht autorisierte Versuchung. Gehlebesucher ist ein Test für den mechanischen. Und jeder Test macht Sie am Ende stärker. Wächle zu alternativen Taktiken. Widergabe für erfolgreiche Autos. Kampfvotokoll 6. Maschine ist nun im Kampfmodus. Maschine hat Kampfmodus. Dammte Kacke, ey. Oh, oh. Ich doch nicht. Zack. Gut, umdrehen. Es wäre ja bedauerlich, wenn Sie mich nicht sehen könnten. Okay, erstmal die menschlichen töten. Bevor es an die Maschinellen geht. So ein Scheiß. Komm, komm, komm. Okay. Bolzen. Scheiße. Scheiße. Gut, menschliche getötet. Scheiße, ey. Scheiße, ey. Vielen Dank fürs Zusehen und bis...